mein problem bei meiner auswahl an champs die ich spiele ist halt auch einfach immer das ging gegen diese kompatie war eben keinen sinn gemacht aber ich tue mich immer so schwer am anfang den anderen tank zu spielen weil ich finde das verschwendete potenzial ist ja nur mit lieber nicht mitnimmst weil er einfach nicht so stark ist das richtig aber ja was will er spielen ok immer gespannt wie lange es dauert bis die tanks tot genervt ist egal ich kann überträgen kurs letztens auch so lachen ich fühle mit sami wo wieso da ja was ist das eigentlich für wohnen so ein käferviech ich denke mir das ist das ist das ist auch nein und nein ich bin der größte hinterher in der bergenden kannst du setzen back Also, ich hab's den Huck. Ich hab's den Huck. Ich hab's den Huck. Ich hab's den Huck. All right, so gut, Wadden. Amts in den Huck, Wadden. Und dann. Ich hab's den Huck. Stand back in der Huck, wenn du ihn möchtest. Ich hab's einen Huck. Ja, ich hab's einen Huck. Ich hab's einen Huck. Sorry, man. Ja, so gut. Das war mein Bad, das war mein Playfest. He's coming back now. You guys are in good already. Keep it up, guys. Fair tank in a sec. Fair tank here. Fuck this hamster. Nice. Nice. Strong. Well done. Keep it again. Nice. Good girl. Bring tight Hornix. Nice, well done. Shit. Nice, keep it up. Hamster in the back. Strap back, does hamster up a bit more? Zarya as well. Yeah. I don't know what he's so nice the whole time finds, but we all die. Just play for time, play for time. Play for time. Yeah, nice. Keep the test, keep the test. Nice. 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 Can anyone get fast fun? I'm gonna try and go. Watch out. Watch out. Watch out. Watch out. Watch out. Hamster stepping back. That's another thing. Yeah, it's all good. Just come back. Everyone come back. I'm gonna do. I will do. I will do. Hamster. I'm coming. I'm coming. Hmm-hmm-hmm. Coming for double for you, Hug? It's not going to be. You've got this. Right on. Hey. Get together. Just wait on everyone. Halbster ist in die Richtung Halbster im Right Halbster im Right Halbster im Back Leider ist ein Da? Halbster ist ein Wettbewerb hat weder getroffen sei es nicht mehr gesehen auch nicht schlecht also in meiner theorie dürfte denen kommt jetzt eigentlich gar nicht mehr aufgehen wenn ich rein hat spielt mal gucken wie viel sich an dieser theorie bereitet weil das macht gar keinen sind ja die haben eigentlich nicht genug wie auch kann die frau ihren arschbohrer machen ich verstehe das nicht so viel denn mit schritten ich nicht nachvollziehen kann ich habe tatsächlich auch gerade überlegt reaper zu picken er ist mir zuvor gekommen ich hoffe er macht was daraus ich weiß nicht Nice, keep it going guys. Okay for the hog, he's still one. Nice. Watch for you, step him! Well done, we'll play. Yeah, come back, come back, come back. Gonna get run over Owens. Owens. I'm the only one who's under the arm and stopped. Lissi fell off as well. Fuck the nerita bitch up. Nice, neutral bitch dead. Get for the hog. Nice work on the hog. Game for Zari. Nice. Come back, come back, come back. How will I, Ryan? Well done. Come back, come back. Go play, go play. Well das Reinhard gerade einfach der richtige Pick ist ey. Go play, oder? Nope. Go play. Come back Ja, come back Ja, come back Still good They're gonna go for a Zario soon I'm gonna try and get my Deaver out as well Boom Right, we got Zario anyway Nice Take off Deaver outing Nice Zario one shot in the back Zario 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 Nice Nice Yeah Fuck up that Orisa That four Nice I'm here with you Ryan You're good Yeah, well done You're good Er sagt das nicht zu früh, wenn da ein Hawk vor mir steht, der mich jeden Moment hucken kann. Nichts, du gut, du gut. Wir haben das ganze Team einfach nur weggehalten da hinten. Wichtig. Ich bin da ein bisschen verleitet, Zen zu spinnen tatsächlich, wenn ihr bei der Dive geht. Aber warum nicht Ana einfach? Ah, hier Ana, schluss auf. Ich finde halt einfach, dass Zen in der aktuellen Meta, abgesehen von seiner Ulti, viel zu wenig Heilung hat. Ich gehe rein und sterbe einfach, weil, ja, was macht denn ein Hawk da aus im Vergleich zu dem, wenn du mit Ana hinter mir stehst, weißt du? Ja, ich bin halt, als Ana, wenn ich halt hinter dir stehe, bin ich halt echt anfällig, ne? Ja, aber hier kannst du ja im Tor stehen und mich viel stärker heilen eigentlich in der Theorie. Ja, keine Ahnung, ich bin einfach kein Fan von Zen, was soll ich dir sagen? Ich weiß, ich weiß nicht, wir trainen einfach mal, ach der geil, ey. Das eine Mal habe ich das auch nicht gefeiert, aber da war der Pick einfach Poggers, weil ohne die Trans wäre der Teamfight für den Arsch gewesen. Aber mit Zen habe ich halt immer das Gefühl, ich springe halt rein und so heilst mich über zu. Aber mit Zen verrecke ich halt einfach, weil du kannst halt nichts machen. Außer mir nur Op geben und die, ja, ich weiß nicht, man. Vielleicht ist es auch der richtige Pick, ich feiere ihn einfach nicht. Ich spiele auch unrücklicherweise. Du bist da passt, Junkrat, einen Junkrat, Junkratt, überhaupt nicht. Ich bin der Trap. Komm, der Komm, der. Geh, Brüller. Jumper, der Hit. Foxpitch. Get a Junkrack, get a Junkrack. Nice. Well done. Anna, Anna in the back. Nice, well done, let's go. Move on, move on, go to point now. Full point, full point. Up out of D4. Nice, I'm here, I'm here. You good? Ah, sorry. No problem, we got this. Get a Junkrack, get a Junkrack, get a Junkrack. Nice, well done. Well done, well done. Well done, well done. Oh, das war aber mal... Huiuiui. Digger, dass du die beiden Tanks herübergezogen hast. Mega stark. Ja, der Winston hat auch einfach die Anna weggebummst. In der Zeit hab ich die Kiri beschäftigt. Ah, I'm scared, she's touching my butt. Ah! Thank you. Alright, stay with the point for now. Alright, stay with the point for now. Come back Junkrack. Come back Junkrack. Oh meeee! Nice. Jump on it. You're on the anti. Repo one. Repo one in the back. Oh my god. Nice. Oh lucky. Oh meeee! Nice leave, nice leave. Alright, come back, come back. Oh meeee! We got to start to go on in a second to wipe them. Right, everyone here. Let's go. I'm jumping in now. Oh! I'm late. Jump on. Fake you, fake you, fake you. Nice leave, nice leave. That was a dirty sleep. Jump on down it. I'm sleeping. Und ich weiß halt nicht, ob mit Zen jetzt gerade alle verrägern, oder? Ich hab' alle gegrüßt. Möglich vielleicht auch nicht. Vielleicht auch nicht. Vielleicht hab' ich ganz klar. Ja, aber ich weiß ja, ob die Trance genervt wurde, aber ich sterbe in letzter Zeit, in der Trans, keine Ahnung, was das ist. Die ist das Problem mit Trans oder so? Das ist irgendwie issues? Ja, so müssen wir zu reden. man ja ich war der einzige der keinen von japan gelutscht bekommen hat soll man da reden dann muss der riefer behind Was der Stommage? How come I was out there? About the Reaper. Ah, I'm sleeping. I'm sleeping on the job again. Sorry about that. Let's kill it, guys. I'm going for the healers. I think Ana's giving up! I'm going for the Reaper on point. Das ist ein Reeper. Cool, gut, gut, gut. GG. Ich bin ein Schubacher. Ich bin ein Schubacher. Ich bin ein Schubacher.